Apropos, ich habe noch was Oh ja, Buch Ich habe das Buch bekommen Ich auch Hey, du liest doch gar keine Bücher Wobei, ich fange jetzt an Okay, ja, da sind viele Bilder drin Du Arsch mit Ohren Ich so, ich will Text, mehr Bilder Autsch Ich glaube tatsächlich, dass das Das jetzt noch eine höhere Wertigkeit bekommen hat Als vorher, nachdem wir jetzt sehr viel Heckmeck mitbekommen haben Und dass jetzt Stefan Homburg auch sagt Ja, da sind irgendwelche Sachen nicht schlüssig Hier haben wir Papiere, die vom RKI Bearbeitet wurden Freigegeben wurden Und die sind die einzigen Auf die wir uns im Moment auch wirklich berufen können Und die meisten Punkte, die jetzt auch im Nachhinein Rausgekommen sind, sind hier bereits drin Also viele Neuigkeiten hat es jetzt nicht wirklich gegeben Das, was wir auf den ersten Freigeklagten Sachen haben Ist eigentlich ausreichend, um das aufzuarbeiten Ich habe von diesen Büchern hier 20 Stück An Ralf Ludwig und an das ZAAV gegeben Damit für diese Klage vor dem OLG Die Richter und die Staatsanwälte Diese Bücher bekommen können Also die haben wir denen kostenlos zugeschickt Und ich hoffe, dass die das direkt weitergeleitet haben Weil das ist nicht viel verlangt Dass die hier reingucken Und die einzelnen Seiten sich rausgucken Und das ist auf sehr einfache Art und Weise Aufgearbeitet Und ich hoffe, dass das was bringt Wer es übrigens noch nicht hat Wir haben Nachschub bekommen Die ersten 5000 waren weg Wir haben 10.000 nachbestellt RKI-Buch.de Wer es noch nicht hat Mittlerweile haben wir auch die ersten Buchhandlungen Die das von uns bekommen Wenn ihr eine Buchhandlung habt Könnt ihr euch an den Verleg Also an den Verlag hier Besteffekt wenden Und die machen dann auch mit euch Entsprechend eine Kommission aus Damit ihr das in eurer Buchhandlung verkaufen könnt Ihr wisst, Bücher unterliegen der Buchpreisbindung in Deutschland Man kann die nicht rabattieren oder ähnliches Außer wenn das von einem Händler aufgekauft wird Und der gibt es dann an seine Kunden weiter Dann geht das Aber insofern RKI-Buch.de Dann habt ihr es am schnellsten Wir haben jetzt frisch reinbekommen Vor zwei Tagen wieder 10.000 Exemplare Und dann habt ihr es am schnellsten 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 Und dann habt ihr es am schnellsten